Von den Erfolgen der Gegenwart und Zukunft schauen wir nun ein klein wenig zurück. 40 Jahre nämlich ist es her, dieses Wunder Waldhof. Damals stieg der SV Waldhof auf in die Bundesliga und das Ganze unter Klaus Schlappner. Er hat es möglich gemacht. Es folgten dann auch noch weitere Stationen bei Darmstadt, Saarbrücken, aber auch im Ausland, unter anderem in China. Da war er Nationaltrainer, also wirklich eine bewegte Karriere und er ist eine Ikone hier in der Region und natürlich fest verbunden mit dem SV Waldhof Mannheim. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns im Studio ist, Klaus Schlappner. 40 Jahre nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Wenn Sie ein bisschen zurückblicken, was macht das heute mit Ihnen? Ja, ich freue mich maßlos über diese Zeit und die Jungs hier in der Kurpfalz, die haben eine große Leistung erbracht für die Bevölkerung und vor allen Dingen auch für die Jugendlichen, die dort nachgewachsen sind in den einzelnen Amateurvereinen. Und es gibt ja danach etliche Nationalspieler und wir treffen uns immer wieder. Und der letzte Treff war jetzt am 13.8. Erstes Bundesligaspiel 1983, 40 Jahre später. Von 90, also von den Spielern waren 90 Prozent anwesend. Der Lieblingsgriecher von mir, ja, der ist von Saloniki eingeflogen, um dabei zu sein, Trainer. Ich will dabei zu sein und habe eine fleißige Gruppe gehabt, eine Organisationsgruppe, wo die frühere Spieler dabei waren, wie Kalle Bührer und Sebert und der Maik Schüssler. Und das hat alles gut funktioniert. Sie haben gesagt, da ist danach auch viel passiert in der Region. Ich weiß, Sie setzen sich sehr auch ein für den Nachwuchs, gerade auch für den Vereinssport, für den Breitensport, dass der auch nicht verloren geht, weil der ist eben die Basis für alles andere, was dann nach oben passiert. Aber verliert man das momentan vielleicht so ein klein wenig aus Ihrer Sicht auch aus dem Fokus? Nicht klein wenig, viel. Die kleinen Vereine, das ist das Fundament in dieser Pyramide bis hin zu den Profitis, ja. Bis dorthin sind es Amateure oder die in der Regionalliga spielen. Man muss der Jugend die Chance geben, sich weiterzuentwickeln, genauso wie im Beruf. Ja, wenn ich einen Lehrling zum Gesellen mache und vom Gesellen zum Meister, so muss es auch um Sport gehen. Ich kann man auch nicht in der normalen Wirtschaft jedes Mal irgendjemanden vom Ausland holen oder von Hamburg oder von nirgendwo her, sondern ich muss mit denen auskommen, die ich ausbilden. Und wir haben dies nachgewiesen mit Waldorf. Wir haben 17-jährige Bundesligaspieler gehabt, in 18-Jährigen, der noch ein paar Jugendspiele konnte. Mit dem Jürgen Kohler, 105 Länderspiele, ja. Der Gaudino mit leider nur sieben, ja, so abgerechnet. Er hätte viel mehr machen müssen. Und wir verstehen uns vor allen Dingen. Ja, die Spieler vergessen keine Weihnachten, keinen Geburtstag, ja. Die rufen an, die Trainer sind ja wieder daheim, ja. Und ich bin gern daheim, ja, in der Kurbalz. Was man auch hört, also jetzt hat man ja heute auch einen, oder hören ja auch gleich nochmal einen Kurpfälzer Künstler, also was macht für Sie auch diese Kurpfalz aus, dass Sie auch immer noch so leben? Da fühle ich mich wohl, ja. Und wenn ich im Abisland war und habe Kurpfälzisch gewesen, habe ich gemeint, ich spreche andere Fremdsprache, ja. Also die haben dann darauf reagiert, ja. Und da gibt es schöne Geschichte, dass dann mein Dolmetscher über Nacht in einem Buch gesucht hat, den Halbsatz, ja, her auf, ja. Oder her, oder aufpassen, ja. Und meine Frau hat ihm dann letztlich gesagt, das ist Dialekt, ja. Und das gehört so. Mit Ihrer Frau sind Sie ja mittlerweile auch 60 Jahre verheiratet, Diamantener Hochzeit hatten Sie gerade. Ja, gerne. Und na, weiterhin. Und das geht auch hoffentlich auch noch so weiter, ganz genau. Wirst du wieder heiern? Ja. Würden Sie noch mal heiraten? Ja, ja, klar. Im Ausland waren Sie viel unterwegs. Was war Ihr größtes Abenteuer? Ja, das Abenteuer war natürlich China, ne. Und zwar China 92, nicht China jetzt. Ja. Wie ich nach China bin, das war ja Neugierde. Ja, ich hätte es ja nicht gebraucht. Ich habe selbst einen Handwerksbetrieb geführt, über die Bundesliga-Zeiten und nach vorher. Und mit meiner Frau zusammen mit meinem Elche Sohn, der die Meisterprüfung dann gemacht hat. Und der hat es auch übernehmen können. Das hat man sich ausgeguckt so. Der Betrieb läuft vorhin noch. Ja, und gut. Wir sind zufrieden als Eltern. Und China, dort hinzukommen und dort zu bleiben, vor allen Dingen. Und es war überraschend gut. Ja. Und das war einer der Höhepunkte einer großen, bewegten Karriere, Klaus Schnappler. Wir könnten noch Stunden so weiter quatschen. Dann steigt uns die Landesmedienanstalt aufs Dach. Das funktioniert leider nicht. Ich freue mich aber, wenn wir das gerne zu anderer Stelle fortsetzen können. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, da waren. Und auf bald.